Hallo, Servus und herzlich Willkommen zu Wine on Fire. Heute testen wir mal die Gefu-Spieße mit schönen Hühnchen und Paprika. Dazu gibt es einen fein halben Rosé und wer Bock drauf hat, bleibt einfach dran. Bis gleich. Erst probieren wir natürlich unseren 2020er Rosé Feinhalb. Passend zu diesem Gericht, Hühnchen und so mediterran, beziehungsweise so ein Sommergericht, passt natürlich immer so ein schöner fein halber Rosé mit 12, 11 Prozent. Das ist völlig egal, beziehungsweise passt immer. Schön gekühlt auf jeden Fall muss er sein, zum Wohl. Erdbeer. Einfach schön. Leichte Säure, angenehm. Schöne Rosé, können ja nichts falsch machen. Und dann so ein Gericht dazu. Schön. Also mit Erdbeer ist immer Rosé, meistens so schön frische, fruchtige Erdbeernote extrem. Und auch schön leichte Säure im Abgang, nicht zu viel. Sehr schön. Top. Und passend, wie gesagt, zu diesem Rosé machen wir jetzt heute mit unseren schönen Igefo-Spießen Hähnchenspieße ganz einfach. Die habe ich also jetzt schon eine Hähnchenbrust klein geschnitten, habe die mit einer schönen Hähnchen-Rub-Marinade schön einmariniert. Da könnt ihr auch nehmen, was ihr wollt. Ich habe das jetzt einfach so gemacht, habe die dann ungefähr zwei Stunden im Kühlschrank marinieren lassen. Dann habe ich jetzt eine orange Paprika, eine gelbe Paprika, eine Zucchini und eine Zwiebel klein geschnitten. Ein bisschen Olivenöl, Salz, Pfeffer, mediterrane Gewürze drüber. Und dann denke ich, spießen wir das mal alles so zusammen auf. Grill ist schon vorgeheizt. Genau, ein kleiner Dip habe ich noch angesetzt. Schmand bzw. Creme Fraiche oder Sour Cream. Da könnt ihr auch nehmen, was ihr möchtet. Einfach ein bisschen Knoblauch, Zwiebeln, Chili habe ich reingemacht, Pfeffer, Salz, Paprika edelsüß. So ein bisschen Dill noch reingemacht, aber auch wie ihr das möchtet. Aber ich denke, die Kombi mit dem Wein so, das passt alles. Ich spieße das jetzt alles auf, dann geht es an den Grillen und wie das jetzt alles funktioniert, seht ihr jetzt. Das ist eine Viertelstunde, 20 Minuten später. Ich habe jetzt die Grillspieße erst direkt auf die Hitze gemacht und dann nochmal ungefähr 5 bis 8 Minuten indirekt gegrillt, dass uns das Fleischschnitt zu trocken wird. Jetzt holen wir das Ganze runter. Die Spieße sind extrem heiß logischerweise, aber man kann das einfach hier so runterschieben. Ganz einfach. Und wir haben keine Arbeit damit. Der anderen. Ganz einfach nur runterschieben. Voll easy. Also, top. Das duftet. Das ist so mediterran. Jetzt unseren selbstgemachten Dip. Wie gesagt, Schmand, Creme Fraiche. Was ihr da möchtet. Ich habe jetzt Chili drin, Knoblauch, Zwiebeln, Pfeffer, Salz, Paprika edelsüß. Das duftet. So, probieren wir nochmal unseren Rosäischen. Zum Wohl. Super tolles, frisches Sommergericht. Auch wenn jetzt ein bisschen dunkler wurde, aber passt trotzdem zu unserem Sommer. Bisschen mit allem und natürlich ein bisschen Soße. Oh mein Gott, muss gerade nochmal. Das ist leider sehr geil, sehr lecker. Der Knoblauch, die Zwiebeln, die Gewürze, die Paprika, ein Gedicht, ein Traum. Und jetzt einen schönen Rosé frisch gekühlt. Jetzt perfekt Sommer. Also wir haben noch angenehme 22 Grad. Passt super. Weltklasse. Sehr einfach, easy. Macht das nach. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir ein Like, Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal. Und denkt vor allem dran, das Leben ist zu kurz und vielleicht einen Wein zu trinken. Ciao.